Hä? Warum brennt's denn jetzt? Okay, oh... Na los! Na los! Ja! I will make you into sushi! I will make you into sushi! Hey! Get away from my dad! He's not your dad! He's Octopus! What are you, an idiot? Dad's a regular human! I don't like your hat! I don't like your dad! Your family is crazy! I get my revenge on all of you! Octodad! Awww... Fizzies! Huh? Oww... Darling, you're wearing your fancy suit! Awww, you dressed up for me? This reminds me of the time that we met. Do you remember? Oh, I can picture every detail of it. I was stowed away on that fishing boat. So, da sind wir wieder zurück. Offenbar... ...haben wir jetzt ein romantisches Date. Die Kinder haben uns gerettet. Und wir müssen jetzt hinab in den Keller, wie es aussieht. Und bloß nicht auf den Bananenschallen ausrutschen. Das haben wir ja gelernt. Da steht eine Schaufel auf dem Sofa. Und da ist ein Grab. Ich verstehe nicht. Aber gut. Sooo... Huch! Lassen wir hier mal Donkey Kong oder wat? Okay, wir haben also eine Menge Bananen. Und wir haben... Ach, einen schönen Pool-Cable haben wir auch noch. Und ganz kurz, das will ich mal eben probi... Aaaaahn, probieren, probieren, probieren. Das mit dem Werfen klappt ja nicht so gut, glaube ich. Oh. Das mit dem Werfen scheint doch zu klappen, aber ich glaube nicht, dass wir damit irgendwie Erfolg haben. Warte. Dart spielen, Dart spielen. Können wir den Tisch erstmal beiseite stellen? Nimm! Ah! Mit der Maus hier gerade. Katastrophe. Also das mit dem Dart spielen, das wird nichts. So. Dann lieber hier hin. Nochmal die Schaufel nehmen. Denn dort drüben sah man bereits... Dahinter, wenn ich mich recht... Wenn ich das richtig gesehen habe. Oh. Jetzt hier. So. Ein Fußball und eine Axt. Da ist ein Schlüsselloch. Wir müssen wahrscheinlich nach dem Schlüssel graben. Aber dazu müssen wir jetzt auch erstmal... ... 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 Will diesen kackten Schlüsseln... Patti Schaufel Wicke, ich will den Schlüssel... Alter... Ich krieg diesen Schlüssel nicht, ich steh da genau davor und der nimmt einfach diesen blöden verkackten Schlüssel nicht Jetzt aber, komm! Ich komme nicht an diesen Schlüssel ran Der nimmt sich alles aber nicht den Schlüssel... okay, geh rein Du stehst genau drauf, Junge. Benutz doch mal deinen anderen Arm. Ich krieg hier die Krise. Nein, lass die Küste liegen. Der Schlüssel liegt genau da. Ja, ja. Ja, oh mein Gott, oh mein Gott, er hat den Schlüssel. Jetzt raus da, raus da, raus da, raus da. So, jetzt noch irgendwie umdrehen. Oh, ich konnte gerade hinter die Tür gucken. Durch diesen Spalt da. Uh, und jetzt müssen wir bestimmt den Schild ziehen. Hallo? Ah, ich gehe jetzt nicht zum Koch. Ich bin ja nicht bekloppt. Können wir hier flüchten vom Balkon? Was ist denn das? Ah, die, 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 die. Wo sind wir hier? Was ist das hier? Da ist die nächste Tür, die geht bestimmt mit dem Knopf auf. Nein, jetzt hier mit den Füßen, bitte. Okay, die Tür geht wieder zu. Ach, du heilige, da ist, wird der, da soll man noch pünktlich hinkommen? Drück den Knopf. Drück den Knopf. Mann. Ah, jetzt habe ich schon wieder, jetzt hat er die Füße wieder verpasst. Jetzt warte ich mal, ich warte, bis die Tür wieder zu ist. Oder können wir jetzt schon wieder? Hallo? Ich kann mich gerade gar nicht bewegen. Na, jetzt. Ach, okay, der wechselt dann automatisch auf die Beine. Habe ich da gerade Laser gesehen? Was? Bist bescheuert? Alter, wie soll ich das denn schaffen? Ich sehe das hier kaum. Okay. Was? Okto, Okto AG, MK8, MK2? Der verkauft Waffen oder wat? Oh Gott. Ach so. Alter, jetzt geht er hoch. Der Laser geht gar nicht. Jetzt da hoch. Jetzt da. Jetzt da. Den. Den... Alter. Was habe ich gemacht? Was? Okay, da kamen jetzt lauter neue Würfel runter, wie es aussieht. Alter! Alter! Na los, Arm! Jetzt nimm dir eine von den kranken Küsten! Jetzt, Alter, jetzt lasst doch die Scheiße sein! Okay. Ist egal, wir sind durch. Ich glaube, das ist alles, was zählt. Nein, Alter! Hör auf, da rumzuschlammern! Na super, hervorragend! Ach, du Scheiße! Und da geht's immer noch weiter! Alter, was denn ist für eine Scheiße hier, Alter? Ich komm hier überhaupt nicht durch! Nein! Ja, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Runde von Octopus Dad, äh, von Octodad. Und, äh, vielen Dank fürs Zuschauen und, äh, ich geh erstmal Sushi essen. Bis gleich! Tschüss! 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 T repeck Rickettsch испol Grande! Tschüss! T è! T é! Tonton!!! Tja! T c'est!